Es ist sieben Minuten vor Busabfahrt. Wir sind total hochmotiviert und gehen jetzt in Amsterdam auf Party. Hallo! Da kommt doch die Motivation. Wir suchen sie noch. Maren hat irgendwas ganz interessantes in der Ecke gefunden. Ein Fleck oder so. Andrea. Deshalb sind wir bloß so schön. Maren, du bist auch schön. Fertig bist du aber schön trotzdem. Wir gehen jetzt los. Auf geht's mit dem Klau. Wir melden uns nochmal zurück in der Disco. Wir stehen und hängen fest. Ihr habt keinen Knopf gedrückt. Ihr habt keinen Knopf gedrückt. Ihr seid so blöd. Dieser Dinger füllt die Kraft um den Knopf gedrückt.